Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past So, wir müssen jetzt hier weitermachen und, äh, dieses Portal erreichen Was an sich gar nicht so schwer war Oh Gott Sehe ich das allerdings richtig, dass diese What? Boah, oh scheiße, das ist der Rückweg, kann das sein? In dem Fall Okay, wir können uns hier gar nicht, oh Hm Dann mach ich noch den oberen kaputt und fürchte ich kann dann gar nicht weiter, was? Aber ich komm hier nicht mehr raus Hä? Hilft ja alles nix Ne Hä? Nein Wollten wir jetzt nicht erzählen, dass irgendeines von diesen Dingern ganz random verschiebbar ist Darunter so ein blödes Portal Das erzählt ihr mir nicht Wow, da dachte ich, dass das Wohnungstreff... Ja, natürlich, jetzt trifft es Ist ja klar Okay Welches könnte das sein? Ich würde ja Ja Ja, ja Okay, der ist es nicht Der ist es auch nicht Lass doch nicht den hier ernst Das können die doch nicht bringen Ah, ich sehe ihn Ja, genau Ich kann jetzt eigentlich echt schon dieses Teil einsetzen, ne? Nein Hauptsache nochmal ein Schlüssel Alles klar Okay, jetzt wird es mir zu riskant Jetzt wird es mir zu riskant Das ist natürlich alles, was ich nicht wollte Aber glücklicherweise sind wir ja aktuell Noch im unteren Bereich des Dungeons Ich versuche es mal hier Dann da Dann möchte ich da runter Was haben wir denn hier? Nichts Dann gehe ich da Oh, der da Ja Ja, der war falsch Okay Oh shit, den will ich nicht gehen Ich muss den gehen Nein Ihr seid solche Scheißfichser Ihr seid solche Scheißfichser Wie komme ich denn da nochmal überhaupt hin? Ja, Yolo Ich muss da ungefähr durch 10 Räume Ja Weg mit euch Ist mir egal Ihr seid solche Fixer Das war absolut klar Deswegen habe ich gewartet Okay, ja Wenn ich eh hier bin Kann ich auch den Weg nochmal aussuchen Oh Wow Also ist hier der Eingang Ja, wenigstens dauert es nicht so lang Ihr seid solche Wechser Ich will das nicht Oh Mann, ey Ach ja, natürlich Den hier Nee, geht nicht Schade Boah, wie kann man denn nur so asozial sein Und einen da wegschmeißen Oh Nee, ey Na gut Dann kann ich auch gucken, was hier ist Und hier ist halt einfach nirgendwo ein Item Ja, okay Okay Okay, ich muss jetzt hier hin Oh, ich lebe Ich lebe und ich hab Ja Alles klar Ja, dann habe ich ja wenigstens nicht mehr viel verpasst Aber hier ganz oben Ja, stimmt Da bin ich noch nicht durch Das ist nicht, was ich wollte Wie zur Hölle ist es mir gelungen Dieses Team zu aktivieren Ernsthaft Alles klar Geht natürlich alles Man muss nur wollen So, dann möchte ich den hier Ich gehe jetzt erst in den anderen Raum Ich glaube, dieser Teleportraum Der ist einer, den man tatsächlich Oder der einen weiterbringt YOLO 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 Jetzt einige Bomben Okay Wenn ihr drauf steht Kriegt ihr halt Pfeile Na, wobei Lohnt sich ja gar nicht Es ist wirklich Ja, dann tut's mir ja wenigstens nicht weh Ja Okay War nur ein Bonusraum Mit Geld und Pfeilen Das ist nicht euer Ernst Das ist echt nicht So blöd wie du Kann doch gar keiner sein Ich stand doch gar Also Ey Du bist dumm, oder? Du bist dumm wie Scheiße Du bist einfach dumm wie Scheiße Ja, hauptsache nochmal Drei Herzen verloren Weil, äh Oh nein Die Hitbox von diesem Kasten da links Die ist ungefähr das ganze Teil Ey Hey, warum bist du nicht An dem Kasten da rumgezogen worden Der war doch ganz klar die Hitbox Hallo, hallo Also dieser Link Der hat scheinbar keine Ahnung Von dem, was er da spielt Der weiß es einfach nicht Der ist einfach dumm Dieser Link-Trottel Der kann das einfach nicht Der ist einfach so scheiße dumm So scheiße dumm ist der Der kann nichts Und aus dem wird auch nie was werden Mhm Das ist die traurige Wahrheit Des Link So Wir haben ja schon alles gefunden Ach komm Okay Natürlich Wenn beide aktiviert werden Das ist natürlich Klar Das ist natürlich Oh Mann ey Dieser Dungeon ist so scheiße Scheiße ey So, weg hier Jetzt bin ich wieder hier Ich geh mal davon aus Das speichere ich übrigens auch Auch wenn das eigentlich nichts ist Wo ich speichern sollte Weil ich hab einen Trank getrunken Und das ärgert mich Ich bin zu weit oben Ich bin zu weit unten Geh doch du Trottel Ne, ne Also ich muss jetzt hier an der Wand glitschen Die ungefähr 5 Meter weiter ist Gut Bring mich irgendwo hin Wo es was bringt Gut Der rechts war es nicht gewesen Kann man es ja nur nochmal versuchen Boah Und der Wo bin ich denn jetzt What Ach ich bin hier Okay Der ist Hä Der ist auch falsch Hä Was ist der Sinn von diesem Rätsel Hä Kann es sein Dass ich dieses Rätsel Gar nicht machen müsste Dass ich hier einfach falsch bin Ja Dieses Rätsel Ich bin hier einfach falsch Okay Ich akzeptiere mein Schicksal Dann geh ich halt Den Abkürzungsweg hier Whatever Ja komm her Komm her Ich will dich umbringen Du bist so dumm ey So Alter Das ist doch gar nicht wahr Das ist echt Ich hätte diesen Weg nicht gehen müssen Ja Und alles was jetzt noch bleibt Ist dieser Ist dieser Kackweg da hier Ne Vergiss es Fecht 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 Co Okay, das hat nichts gebracht, schade Ich hätte gerne dieses, ach warte Ich bin so blöd Wow, hätte ich gerne gewusst, was passiert, wenn man dieses Licht hier entzündet Oh, nein Tja, jetzt weiß ich es Wäre ich nicht runtergefallen Jetzt Runter So auf seine Höhe und hoch Boah, böse, schwer und böse Oh, eine Fee Ich kann mich aufheilen, toll Okay Alter Ja, jetzt kommt er her Boah So Ne, lass mal So, welcher von denen ist jetzt der sinnvollste? Der da Nein Der da Der da Okay Ah, nein, nein, es muss der sein Okay Whatever Gut Nein Da kommen jetzt nicht ernsthaft nochmal vier Endboss Oder Bossgegner Da kommen jetzt nicht nochmal ernsthaft vier Bossgegner Alter, ihr seid doch alle krank Ihr seid doch alle krank Ja, okay Um die kümmern wir uns in der nächsten Folge Falls euch die hier gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past Joa, bis dahin Servus Das ist nicht den ihr Ernst